Hallöchen! Herzlich Willkommen! Dankeschön fürs Einschalten! Herzlich Willkommen zu Metal Gear Solid 5! Der Phantom Pain! So, Tagesbonus erhalten am Arno-Fraday! Von C- auf C war das? Und den B-Münzen 56. Okay, wir gucken mal natürlich... So, MU-Bewertung, da gehen wir mal ganz, ganz schnell rein. Ich wollte ja eigentlich sofort gleich wieder... Ja, man weiß es nicht. Irgendwas ist halt immer, aber okay. Ich wollte ja eigentlich sofort gleich mit der nächsten Nebenmission weitermachen. Aber jetzt hängen wir hier wieder drin. Oh, Cera haben wir jetzt, das ist schön. Das freut mich. Ich denke mal, da kann man doch aufbauen. So, wir gucken uns nochmal schnell uns die Belohnungen an, die wir bekommen haben. Ach Gott, oh Gott. Aber wenigstens 15 MB Münzen, sehr schön. So, Gericht. Oh, sogar legendäre. Überraschung, Überraschung. Schnelles Nachladen, das ist gut. Ui, schau einer an. Ah. Alles S-Soldaten, geil. Sehr schön, freu ich mich. 10 S-Soldaten. Gut, dann schauen wir doch nochmal geschwind auf die externen Aufträge, was wir da jetzt noch haben. Ich würde ja gerne diese eine... Ja, ich nenne ihn mal haupt externen Auftrag machen. Äh, immer noch bei 61. Leck mich fett. Es ist doch, wie ich finde, einiges zu wenig. Weißt du was? Wir machen gleich mal so eine noch hinterher. Hier haben wir auch noch 10 S. Komm. Das ist auch klappt, Freunde. Das ist auch klappt. Sehr schön. Ähm, Herausforderung. Ja, Online-Herausforderungen wurden aktualisiert. Das ist schön. Insgesamt 10 Entsendungsmissionen online abgeschlossen. Yeah. Nehmen wir hier noch. Und eine gesamte Entwicklungsrang von 700 erreicht. Ja, 7500 Treibstoff. Das nehmen wir doch auch natürlich gerne an. So, dann hätte ich gesagt... Machen wir nicht lang rum. Sofort die nächste Nebmission. Da schauen wir mal, was wir hier haben. Da schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, eliminieren sie die Panzereinheit. Für 200.000? Hatten wir die nicht schon... Panzereinheit hat er gewohnt. Was, was? Diesmal sind wir ein wenig... Diesmal sind wir ein wenig voraussetzt hier. Nehmen die Launcher. Kille BD MK... Ja, es ist eigentlich doch die, wo am besten ist. So, Didi. Sollen wir Didi mitnehmen? Wir nehmen Didi mit. Der Rest passt. Und starten wir sofort. Diese Kampfausrüstung, die passt auch total. Zu der Panzereinheit. Das ist schon okay. Da halten wir dann doch ein wenig mehr aus. In Anführungsstrichen als... Wenn wir jetzt den normalen Schleichanzug anhängen. Oder halt einen anderen Tarnanzug. So. Von mir aus können wir loslegen. Sind wir eigentlich in Afrika? Ja, in Afrika. Kurz vor Mittag. Die hören jetzt alle... Oh, guck mal. Didi ganz in weiß. Oh, ein schönes Hunderle. Ja... Sieht gut aus, ne? Fällt mir. So, jetzt haben wir Punkt 12 Uhr. Oh ja. Oh ja. Wir haben den Panzer. Wir haben den Heli. Huh, Glückhaft. Glückhaft. So. Hallo? Gut, dann hätte ich gesagt. Gehen wir doch auf jeden Fall mal da rüber. Didi, ja. Wo ist die Heilpflanze, Didi? Wo ist die Heilpflanze, Didi? Ich sehe nichts. So eliminieren sie die Panzer-Einheit, hat er gemeint. Oioioi, Didi. Warte mal hier. Den Vogel schießen wir erstmal und es fliegt runter. Da muss er gleich der erste Schuss treffen, ne? Ich sage mal, was er macht, das war mit dem Weg. Das hat er natürlich nicht aufgefallen. Das hat er natürlich nicht getroffen, ne? Ich habe mir das gemacht. Alter, leck mich doch. Alter, Sattler. Tidi, wir müssen runter. Tidi, 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 Tidi. Alter. Na, da haben wir Glück gehabt. Bei dir alles okay, Tidi. Tidi, komm mal her. Scheiße. Okay, wir haben einiges an Treffer einstecken. Boah. Es wird nicht besser, woher schießen sie? Shit. Tidi, bleib unten. Tidi, Tidi. Tidi. Tidi, komm her. Die sind hier ganz, ganz blöd, sind wir hier. Was denn? Wir müssen erst echt mal hier abwarten. Oh. Wie sieht die Sache beruhigt? Allmächtla. Okay, Freunde. Erstmal hier. Oh. Das ist der Target. Wir schauen in die total andere Richtung. So, wir schauen mal, was der hat. Ui, yes. Analyse complete. Na, der ist nicht so gut. Gut. Dann werden wir ihn auch mitnehmen. Sondern nur befragen. Wir müssen allerdings aufpassen. Wir müssen allerdings echt aufpassen. Weil halt da die Panzereinheit ist, ne? Die stehen doch alle sehr, sehr schön beknackt dort. So, ah. Wow. Analyse complete. Analyse complete. Analyse complete. Analyse complete. Analyse complete. Warte, wisch ich den jetzt. Analyse complete. Ne, komm, scheiß drauf. Das ist die Frage, können wir hier rüber? Fuck. Was macht die Ziege hier? Alter, wie schnell der nicht abgeholt. Eine Ziege im Kampfgebiet, ohne Witz. Okay, die haut jetzt ab. Das ist sehr schön. Okay, wir laufen jetzt mal da rüber. In der Hoffnung, dass der uns natürlich nicht sieht, ne? Oh, und das ist ein schönes Teil. Das ist ein schönes Teil, Freunde. Ich finde doch sehr gut ausgerüstet. Ja, das ist ein schöner Panzer, Freunde. Unheimlich hohen Radius, Alter. So, wir schlagen uns da hinten hin. An den nächsten. Gehen wir mal hier entlang, ja. Ein bisschen in großen Radius hier machen. So, dass hier keine Pflanzen gibt, ne? Zum Sammeln. Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Bis jetzt läuft doch alles nach Plan hier. So, die sehen hier nichts. So, die Frage, was haben wir denn? Wir haben hier Betäubungsgranaten. Uiuiui, jetzt kommen wir's, Didi. Didi, jetzt kommen wir's. Ja. Aber kommt nachher ihr Affen. so mein freund yes die 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 kommen hier feiner und feiner und die 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 alles ok Yes yes wir haben alle freunde wir haben alle schauen jetzt hier doch noch mal den nehmen wir auf jeden fall mit us-rang super freunde Yes! Ui, der ist sehr, sehr stark! Yeah! Diddy! Wir haben's! Was ist jetzt? Und was stimmt doch jetzt nicht, oder? Wieso nimmt das jetzt so ein Ende? Kann ich keinen Heli holen? Ach, du blühende Neune! Geht der Scheiße, was da los ist? Das gibt's doch nicht! Mensch, wir müssen das Labor mit den Stimmbandparasiten... Wir müssen das ein wenig abschotten, ey! Total abschotten! Von mir aus eine eigene Bohrinsel! Also, ne? Plattform, meine ich! Alter, das darf nicht wahr sein! Ja! Hier geht's wieder! Wir haben eine andere Ausbreite in der Laboratorie! Die Quarantäne Plattform! Wir haben eine Team für die Investitionen und die Survivors, aber sie haben nicht zurück. Es gibt nichts auf dem Radio, oder? Wir haben ein Backup-Team bereit, zu gehen! Wir haben einen Weg, oder? Wir gehen, oder? Wir gehen, oder? Wir gehen, oder? Boss, was du... Es gibt keine Probleme für das! Wir können nicht mehr, dass jemand anderes verlieren. Wir haben keine Ahnung, was passiert in dem... Genau! Jeder, der immer noch ist, ist, auf ihren Punkt zu verbreiten. Das letzte, was wir brauchen, ist eine andere Einheit, die in die Stimme. Keine Ahnung, wie sie reagieren würden. Okay. Erstmal, gucken wir, wie viel die Infektion ist. Die Erhöhung wird weitergelegt, nachdem wir die Situation wissen können. Als Sie bereit sind, einfach benutze den Eyedroid. Ui, Fortsetzung folgt. Ist das vielleicht eine Hauptmission, Fragezeichen? Man weiß es nicht. Alter Verwalder. Kitteschwirrlose. Ui, ui, ui. Na, das kann ja Eiter werden. Aber wir haben ja so ein Stimmbandparasitenanzug. Ich glaube, mit dem werden wir uns ausrüsten. So, wir machen aber mal weiter. Ach, wir sind wieder hier. Ja, was ist mit Ding? Alter, wir müssen dringend auf eine Ding zurück zur Motherbase. Komm, wir gehen da gleich hin. Ja, Gott. Nee, wir gehen mal ein wenig außerhalb zur Support-Plattform. Denn wir müssen unbedingt uns duschen. Wir schauen auch, wo es ist. Wir haben doch einige Kugeln, einige Kanonenschüsse abbekommen. Aber wir könnten noch Code-Talker fragen. Wo ist denn der? Der ist, glaube ich, auf der Sanitätsplattform, oder? Hoffe ich doch zumindest. Wieso wird der nicht befragt? Der hat's doch alles quasi erst ins Leben gerufen. Ey, kann doch nicht sein. Nö, Titi. Zum Glück sprichst du kein Englisch. Dann kann schon dir nix passieren. Aber jetzt spricht er sowieso kein Englisch, hat's ja gesagt. Okay, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie's da weitergeht. Jetzt ist die Frage, ist es eine Hauptmission oder eine Nebenmission? Wir könnten mal kurz vielleicht erahnen, wie's aussieht, ist es vermutlich eine Nebenmission. Hey. Yo. Männer. Ach, wir können aber noch weiter nach oben. Die Frage ist halt, ist da oben noch jemand? Die Frage haben wir jetzt selber beantwortet. Nein, es ist niemand mehr oben. So. Die gehen runter, Titi. Du bist lustig, ey, verstehst du? Der Parasit ist wieder ausbrochen. Der ist echt noch ein schöner Dauern hier. Hier ist halt mir so ein lustiger Druck hier, muss ich schon mal sagen. So, wir gehen mal weiter. Wir haben tatsächlich hier einen. Mollzeit. Ey Buss. Ey Jungs! Nein, was? Siegst es? Siegst es, wo du das schon sagst? Ne, ist glaube ich eine Missionsliste. Wir machen mal externe Aufträge, Freunde. Sind wir jetzt besser in der A sind wir immer noch nicht. Medizinische Versorgung könnte man machen, die machen wir auch. Sehr schön, der dauert noch eine Minute. So, wir sind glaube ich schon richtig hier. Verstehe ich nicht, da hat doch wieder einer geschlampt von denen. Dass der wieder ausbricht. Servus, ich sehe dich zwar nicht, da bist du ja. Ach, das ist Greg David gewesen. So, dann haben wir hier Hübsches. Aber manchmal, ey. Da ja die Frauen hier doch auch alle... Jetzt weiß ich wie ich springe, alter. Ey, jetzt habe ich es gecheckt. Schau mal her, wie geil ich springen kann, alter. Ich glaube jetzt weiß ich auch, wie ich rüberhupfen kann, oder? Ey, jetzt sind wir klatschen. Ich höre Fuß dritte. Komm, scheiß drauf, geh mal duschen. Geh mal geschwind duschen, hat er gemeint. Hopp, nein mit dir. So, geistig und körperlich erfrischt ist es schon. So, ich trau mich aber ehrlich gesagt jetzt gar nicht irgendwo anders zu gehen, auf eine andere Plattform. Uiuiuiui. So, Heli. Können wir gleich nochmal einen externen Auftrag hinterher schicken. So, was noch, EMB-Sicherheit. Jo, und dann werden wir mal hier die ganzen Pflanzendinge. Ja, ist ja gut, liebe Freunde. So, was, was? Okay, Freunde, wir werden es jetzt so machen, wir werden hier eine kleine Pause machen. Jetzt haben wir ja auch knapp 25 Minuten. Ja, ist glaube ich okay. Dann können wir in der nächsten Folge frisch weiter ans Werk gehen. Zur nächsten, wir machen mal Nebenoperationen, das rennt ja nicht weg. Und ja, wünsche euch doch noch einen schönen, schönen Tag. Und da bin ich echt gespannt, wie das noch weiter geht. Wir haben heute viel gemacht, eigentlich. Wir haben die Panzereinheit wirklich sehr gut rausgeholt, beziehungsweise erledigt. Und wir haben natürlich noch nicht zu vergessen, ja, diesen Parasiten, diesen zweiten Parasiten-Ausbruch. Ach Gott, irgendwas ist immer und Snake opfert sich dafür. Wie es da weitergeht, das werden wir in den nächsten Folgen, Tagen und Wochen, werden wir erfahren, wie es da weitergeht bei Metal Gear Solid 5. Der Phantom-Plan. Ich bedanke mich, sage Bye-Bye und Ciao. Bis morgen. Euer Franconia. Servus.